Was für Strecken nehmen wir? Wir müssen auf jeden Fall Strecken nehmen, die wir gut können, Leute. Ich hab jetzt einfach zufällig gemacht. Nein, das darfst du nicht. Nicht zufällig. Ja, das hättest du vorher sagen müssen. Ja, jetzt, jetzt. Was sagst du dir denn gerne? Vulkangrotten? Grön? Nein, bloß nicht. Auch nicht. Am besten nehmt ihr immer das, was ihr sehr gut könnt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe ja gesagt, die Strecke wird kommen. Ja. Leute, nicht brechen, nicht ragen. Einfach konzentriert weiterfahren. Grinch. Aufpassen? Scheiße, Skoppel. Scheiße, ich muss ja aufpassen. Mein Fehler. Ich habe gerade gegen alle gespielt. Das war dumm. Sorry, Skoppel. Ich würde mir doch so ein eigenes Item sein, oder wie. Ja, ja. So eine Bombe oder so kann uns auch treffen. Ah, wir hatten einen Blitz. Perfekt, Leute. Gibt Gas. Boah, ist ja so okay, jetzt Blitz zu haben. Ja. Blitz und Blau. Komm, jetzt bekommen die Piranha-Plasse und drei Grüne, Alter. Was kriege ich denn für einen Schmutz? Egal, egal. Wir haben drei Gründe, ich brauche vorne, das ist ja so, Rotz. Glaube. Ja, egal. Den kann ich abfangen. Wir haben genug Vorsprung. Kevin, pass auf, du darfst nicht mal einen Stern reinfahren. Ey, was macht er denn? Ja, sehr gut. Schießt euch gegenseitig ab. Skoppel, komm. Ich fahre mit einem Stern, er fährt nämlich rein. Komm, Skoppel, übernehme die Führung. Ich passe auf dich auf. Noch ein Blitz. Yes. Sehr schön. Das ist so random. Ich kriege nur die Grünen. Ich halte den Arsch frei, Skoppel. Skoppel erster, ich zweiter. Toadie dritter. Toadie zieht. Ja, da kommt eine Rakete. Da kommt ein Roter, pass auf. Roter. Nein. Ich bin in die Rote reingefahren. Fuck, wieso mache ich das? Ich bin in die Rote reingefahren, weil ich der Bananen ausweichen musste. Mann, scheiße. Nach der ersten Brücke? Den kann ich nicht. Den kann ich nicht. Wenn er den kann, ist der Erster. Dann müssen wir zweiter drunter werden. Ja, er macht den. Er macht den. Ja, ich habe reingeschissen. Du kannst natürlich noch... Ich bin ein Burschein gewesen. Ich bin ganz hin, die wir von irgendwas abgetroffen. Als er. Nehmen du einfach über den Huckel sprechen. Dann kannst du die komplette grüne Ebene skippen. Nehmen du einfach drüber, Doms. Das ist einfach der extrem Vorsprung. Ich habe den zwei ein bisschen geübt. Aber auch nicht zu 100% geschafft. Hat er die Strecke ausgewählt? Wahrscheinlich dann, ne? Ne, das war Darkini, glaube ich. Skoppel, schieß! Ja, er macht's jetzt. Ich habe einen Stern. Let's go. Toadie, pass auf. Ich bin in Führung. Die Bursche geht schon auf mich. Ich bin kotzen. Wir machen Zweiter und Dritter. Scheiß drauf. Lass den Erster werden. Wir machen Zweiter, Vierter oder so. Dann kriegen wir mehr Punkte. Ich weiß was. Ich schieße den Darkini mal ab. Skoppel, schieße Darkini ab. Ja, perfekt. Perfekt, wir sind Zweiter, Dritter, Vierter. Zeus, den kannst du eh nicht einholen. Scheiß auf den. Wir sind zwar Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter. Oh, meine Pätze, ich könnte kotzen. Schieß bloß nichts nach vorne, ne? Ja, das haben wir. Zweiter, Dritter, Vierter haben wir trotzdem. Todi, fahr, Todi, fahr, Todi, fahr! Scheiße. Der Blitz hat wieder geflickt am Ende. Ja, dieser scheiß Blitz, ey. Nobunaga, sorry. Ich finde schon krass, dass ich es gut mit Zeus mithalten kann. Ja, der fährt schon echt gut, ne? Seitdem so einen guten Gegner gehabt. Boah, fass deinen roten Abkommen. Geh mal, weg. Ich habe ihn doch gebetet. In der Anzeige packt. Wie, was ist sonst der roten passiert? Na, pass auf! Aua. Ich versuche ihn auch abzuschießen. Ganz rechts um die Ecke, könnte ich nur ausweichen. Nicht leider schuld. Ja, auch normalerweise ein Shot. Das Goppel ist hinter mir, sehr gut. Ihr seid beide hinter mir, perfekt. Wenn wir so reinkommen ins Ziel, wäre gut. Kann ich jetzt ein Bot führen? Oh, direkt ein Blitz, ja. Ähm, weiß ich nicht. Ich denke mal. Musst du. Ähm. Er zieht auf einmal Darkin, die Junge. Das ist egal, dass ist der hier richtig am... ...winzen. Der kann nix. Ich bin hinter dir. Yo, ich hab... Sorry, ich hab Bomben geschmissen außerdem gerade. Ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Alles gut. Ich hab zwei Rote hinter dir. Wenn jemand kommt, schieb ich hinab. Ja, wir haben so Vorsprung. Sollten wir ins Ziel kriegen. Äh. Oh, der Blooper. Ah. Oh, oh. Lass mich vor, lass mich vor. Ich hab zwei Rote. Ja, ja. Bin grad ein bisschen an der Wand hingelieb wegen dem Blooper. Hab ich gesehen, ey. Ich hab nur Hupe, falls ein Blauer kommt noch. Im letzten Moment. Sehr gut. Da kommt ein Blauer. Ein Blauer. Yo, lass mich vor, lass mich vor. Der trifft mich. Scheiße. Ah, sorry. Ich hab das Teil verkackt. Okay, egal. Trotzdem sind wir. Erster, zweiter, dritter. Wer ist Daisy? Ich. Ja, ist unser Team. Ist unser Team. Vierter? Ja, unser Team ist komplett vorne, außer irgendwie Luigi. Ja, Mann. Ich spiel auch extra auf dem Fernseher. Sonst hab ich immer auf dem kleinen Gamepad gezockt. Und dann kommt Excitebike-Strecke, da wo Amarelli rausfliegt. Oh Mann, scheiße. Ja, also die, die ich ausgesucht hab. Er kommt mir nicht zu nah, ich hab drei Ballen. Ich auch. Und irgendjemand ist hier nicht reingefahren. Domodaga, was du da hast? Ja, leider. Scheiße. Kevin getroffen, sehr schön. Ich hab auch ne Ratsch. Channel. Oh, Alter. Oh, die kriegen wir am Arsch. Ey, soll ich grünen nach vorne werfen? Besser nicht, ne? Oh, der Blitz. Äh, doch, schmeiß mal nach vorne. Kannst du nicht passieren, dein Klick. Ich bin zwar zum Schmeißen. Aber gut, wenn du Blitzkrank hast, auch was von mir. Und da kam noch ne Ratsch. Jetzt bist du mir auch voll, nur. Nein, 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 nein. Oh, come on. You're crazy, ey. Scheiße, ich hab Feuer. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich versuch am Skoppel vorbei, irgendwie. Ich mach einfach hier rechts nach hinten. Ich hoffe, ich hab niemand von uns getroffen. Wir müssen noch Baby Daisy bekommen. Kriegst du das noch hin? Er ist erster. Ja, ich hab drei Ratsch. Schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab. Ja, tu ich doch. Sehr gut, sehr gut. Ey, wieso haben wir schon wieder einen Blitz abbekommen? Das kann doch nicht sein. Ja, es ist lächerlich. Und einen blauen. Hä? Das ist lächerlich. Zwei Blitze, zwei blau auf uns. Das war echt lächerlich. Das war richtig gekauft, ey. Ich bin hier auch ziemlich gut, muss ich sagen. So nämlich, er ist ein zweiter Toadie. Lass mich deinen Windschatten nehmen. Skoppel ist auch da. Aber du hast die Ratsch, der bleibt doch hinter mir. Ich bleib hinter dir, ich bin hinter dir. Gut, ich nehm dir einen kürzeren Weg. Ich auch. Skoppel ist auch da. Der soll mir nicht hinten reinfahren. Oh. Wenn du 10 Münzen hast, dann lass mal ein paar liegen, bitte. Ja, genau. Einfach durch Dusch, ey. Ist schon weg. Die sind ja die Ati getroffen. Irgendwie wurde ich das Gefühl, dass der Team kleiner geworden ist. Da sitzen die alle auf einem Haufen. Die sitzen alle auf einem Haufen. Im Mittelfeld. Die schießen sich wahrscheinlich gegenseitig ab. Wenn ich meinen Badeanzug dabei hätte, könnte ich inzwischen etwas schwimmen gehen. I get grauenvoll. Das war's als Jahr salzig. Und ich skoppel dich nur mit einem Stern mit bei dir. Und du hast mich in den Feuerball getroffen. Mecker du noch mal, dass du mich ganz... Dass ich mich ganz... Moin, ihr wartete unsere Toadette. Loll, der war Luigi. Okay. Da war ein Blauer unter. Da war ein Blauer. Auch auf den Gegner. Das fahren wir so nach Hause, Toadie. So was war mir ein Riesenvorsprung. Ich glaube, ich schieße dich einmal ab. Nein! Fast reingefahren, ey. Nein! Oh, der Blitz. Ja, es tut weh. Weil Skoppel trifft das richtig. Ich weiß schon, was von Skoppel kommt. Ich hasse Blitz. Komm Skoppel, hol den vierten. Hol den vierten. Alter, Blitz doch immer am Ende. Du holst den vierten. Du holst den vierten. Ach, Babypark. Jetzt sind sie verzweifeln. Ja, ich bin auch für Sweet. Sie verzweifeln schon. Ich bin faul. Was schreibt man so schnell. Ey, Babypark. Versucht einfach durchzukommen irgendwie. Grüne und so immer nach hinten. Dann sind sie nicht so schnell. Das ist so scheiße, wie es sind drei Items. Sorry. Alles gut. Ich meine, das ist vollzeitkopfskönig. Ich werde verlieren. Ich komme gerade, bitte. Oh, schöner Blitz. Komm mir schön. Lass sie doch vor dir den Rücken. Nein, ich mache nichts. Ich halte den einfach. Okay. Also Skoppel war eh erst der Glücklich. Da kann ich, der hat mich noch gekriegt. Nee, der hat mich noch gekriegt. Ja, sehr gut, Skoppel. Amarelli, achte. Das ist deine Strecke. Ja. Und so wie ich das sehe, ist Amarelli die Glückliche, die das T-Shirt gewonnen hat. Jeden. Also ich denke nicht, dass sie auch, wenn sie nicht rausgeflogen wäre, mehr Punkte als Nobunaga hätte, oder? Nee, ich war ja meistens immer auf dem unteren Platz. Ja. Ja, dann das T-Shirt schicke ich dir zu. Wir schreiben nach dem Stream einfach mit Discord, dann schick es mit deiner Adresse. Aber auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir das so gemacht haben. Das ist einmal der letzte aus dem Gewinnerteam. Gute Idee. Danke an alle, die dabei waren. Glückwunsch an Amarelli und ich freue mich echt schon aufs nächste Turnier.